In Zeiten eines ungebrochenen Jugendkultes darf es niemanden verwundern, dass der Drang zu ewiger Jugend und Schönheit zunimmt und damit auch die Zahl der Gänge zum Schönheitschirurgen. Aber es muss doch verwundern, wenn eine Dame im doch immerhin reifen Alter von 90 Jahren sich entschließt, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Luise Mayer hat das getan und sie ist hier zusammen mit ihrem Schönheitschirurgen Dr. Edmund Koslowski. Frau Mayer, jetzt sitzt hier eine 90 Jahre alte, schöne Frau. Was war denn vorher an Ihnen weniger schön? Verschiedenes. Verschiedenes, was denn? Ganz verschiedenes. Ich habe mir nicht mehr gefallen, Herr Jauch. Warum nicht? Ja, es ist immer ganz klar, wenn man älter wird, das lässt halt Verschiedenes nach, gell? Ich habe Deckele gehabt, die sind da runtergehängt und ich habe mir halt selber nicht mehr gefallen. Und dann haben Sie gesagt, so soll das nicht bleiben? Und jetzt habe ich mir gesagt, ja, wenn es auch nur für kurze Zeit ist, aber ich möchte anständig aussehen. Und dann haben Sie gesagt, da kann man ja heute was machen? Kann man, ja. Und warum soll ich das nicht benutzen? Und wenn ich die Möglichkeit habe, warum soll ich das dann nicht ausnützen? Und was haben Sie dann von wem machen lassen? Ja, also das ist, da muss ich zuerst sagen, ich habe erst herum gefragt, ich habe mich erst erkundigt, wer eventuell in Frage käme. Ich meine, es ist ja doch Vertrauenssache, wenn man so etwas machen lässt. Und da habe ich halt verschiedene Ärzte erst konsultiert. Also mein Arzt, mein Hausarzt, der hat mir ja abgeraten, der hat gesagt, nein, das darf man nicht, das soll man, das ist eben altersbedingt und so weiter und so fort. Und ich habe mir gesagt, nein, ich mag nicht. Ich will es jetzt gerichtet haben. Und dann ist es gerichtet worden? Und dann habe ich eben Herrn Dr. Koslowski gefunden und der hat den Mut gehabt, muss ich schon sagen, in meinem Alter die Geschichte noch zu richten. Und was hat der Hausarzt dann danach gesagt? Hat er Sie überhaupt noch erkannt? Ja, der war erstaunt. Und hat dann gesagt, war doch gut? Ach, Sie sehen aber gut aus. Und dann habe ich gesagt, aha, jetzt schon wieder, gell? Jetzt dann doch aber einmal. Haben denn Ihre Verwandten und Bekannten... Nein, nichts, habe ich nichts gesagt. Denen haben Sie nichts gesagt? Nein, nein, das habe ich geheim gehalten, für mich. Haben die das denn danach gemerkt? Oder? Ich bin eigentlich noch gar nicht weiter mit den Leuten zusammengekommen. Also es ist auch nicht so, dass Sie wohl möglich vorher mal gehört hätten, dass die sagen, Mutter oder Großmutter, das hast du doch nicht nötig, dass du das tust. Ja, das hat mein Arzt gesagt. Der hat mir abgeraten. Der hat es gesagt. Ja, und dann habe ich mir gesagt, ja. Also zum Beispiel, wenn man sagt, es ist altersbedingt, das muss man hinnehmen. Dann habe ich mir gesagt, ja, Rheuma ist ja schließlich auch altersbedingt. Rheuma wird ja auch von den Ärzten behandelt und bekämpft, ebenso Kreislaufstörungen oder Bluthochdruck. Sind Sie denn über ein Risiko aufgeklärt worden oder hatten Sie ein bisschen Angst? Das ist ja doch immerhin ein ganz schöner Eingriff. Ja, sagen wir mal, ganz tief innen hat man immer ein bisschen Angst. Aber ich habe zum Herrn Doktor Vertrauen gehabt. Ich habe gemerkt, wie er in seiner Art ist und ich habe mir gesagt, er macht das jetzt schon so lang, dann wird er mir auch helfen. Kommen denn zu Ihnen, Herr Doktor Koslowski, normalerweise nicht frustrierte Mit-30erinnen, die irgendwas nochmal liften wollen, sodass Sie sagen müssten, das war schon ungewöhnlich mit 90 Jahren? Ja, das ist das Problem, dass die kosmetische Chirurgie, wie das in den Medien oft dargestellt wird, dass es eine leichte Sache, Leichtsinn oder sowas, nicht so betrachtet werden darf. Der Chirurg zum Beispiel, wenn die Frau Mayer in der Praxis kommt und sagt, ich möchte mich liften lassen, ich muss verschiedene Faktoren in diesem Moment betrachten. Erstens, was erhofft der Patient? Das Schlimmste, was dem Chirurgen passieren kann, dass er nach der Operation den Patienten wieder zu Gesicht bekommt und der Patient ist enttäuscht. Also die Indikation, was erhofft der Patient? Und Frau Mayer hat konkret gesagt, ich möchte mich vor dem Spiegel besser gefallen. Von der Art, wie sie das dargestellt hat und nach dem Gesundheitszeugnis von seinem Arzt und anhand von meinen, in meiner Klinikuntersuchungen haben wir festgestellt, dass das Geburtsdatum von Frau Mayer entspricht nicht 90. Ich habe in meiner Praxis Patienten gehabt, die waren 60, aber waren geistig älter als Frau Mayer. Jetzt ist es doch aber so, dass vor allen Dingen, glaube ich, Leute in Ihrem Alter sagen, der liebe Gott hat das nun mal so eingerichtet, dass man, wenn man älter wird, auch etwas anders aussieht als vorher. Und dabei soll man es doch eigentlich auch lassen. Warum haben Sie gesagt, nee, das lassen wir nicht so? Ja, weil es die Möglichkeit gibt. Ich habe die Möglichkeit gefunden, dass ich eben jetzt es richten lasse. Warum soll ich es nicht machen? Also Sie überlisten so gesehen eigentlich ganz gern die Natur. Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, ob das die Natur überlistet ist. Das möchte ich gar nicht sagen. Ja, schauen Sie mal an, wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. Ja, Räumer bekämpft man ja auch. Da überlistet man ja auch die Natur. Da haben Sie irgendwie recht. Das ist logisch. Ne? So gesehen muss ich da noch eine ganze Menge lernen. Und ich muss Ihnen das eine sagen. Wenn ich wieder vor der Frage stehen würde, ich würde es noch einmal machen. Wie lange glauben Sie denn, dass Ihnen das jetzt so reicht? Weil ich meine, wenn Sie jetzt 100, 110, 120 werden, da werden Sie ja noch ein paar andere Dinge einstellen, wo Sie sagen würden, ach, das gefällt mir nicht mehr so. Na, mache ich es wieder. Machen Sie es wieder. Also insofern hat... Also dann wünsche ich Ihnen zum einen, dass Sie so alt wie möglich werden, aber dass Sie, ohne dass Sie etwas gegen Herrn Dr. Koslowski sagen will, vielleicht so wenig wie möglich zu ihm hin müssen. Aber wenn Sie trotzdem wollen... Und dass er mich wieder annimmt. Haben Sie eine Dauerpatientin, die Sie womöglich noch überleben wird. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Und... Und...